Ich stelle euch jetzt mal ein Buch vor, das ich extra für die Fußball-WM geschrieben habe. Kommt mit. Und zwar ein Buch der Bücher, aber als Fußball-Version. Wir müssen ein bisschen näher kommen. Wer da alles dabei ist, nämlich Jürgen Klopp, Louis Holtby, Didi Jakonan, Schiplock, Dennis Aogo, Elkin Soto und so weiter. Also Riesengeschichte, lauter coole Fußballer. Ja, das ist eigentlich das, was ich euch sagen wollte. Du hast einen vergessen. Was habe ich vergessen? Ein David. Ja, ich habe einen David vergessen. Den David Lewis heißt der, David Lewis von Chelsea. Aber noch einen David. Welchen? Den Kadel. Den Kadel. Dafür habe ich ihm Geld gegeben, was er sagt. Ne, David, super geil, dass du mitmachst. Eine kurze Message an deine Fans für das Buch. Ihr habt das mitbekommen. Jetzt kommt Ostern und holt euch das Buch. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Macht's gut. Ciao.